Regensburg Uns erwartet in Regensburg eine schwere Aufgabe, das wissen wir. Regensburg ist, wenn man die letzten acht Spieltage mal betrachtet, die zweitbeste Mannschaft von den Punkten her. Und dementsprechend, glaube ich, erwartet uns ein Spitzenspiel, weil es war nur eine Mannschaft besser und das waren wir. Also wenn man die letzten acht Spiele mal betrachtet, glaube ich, kann man von einem richtigen Spitzenspiel sprechen und darauf freuen wir uns. Wir wissen, was uns erwartet, eine kampfstarke, eine körperlich starke Mannschaft, die man nie abschreiben muss. Aber auch wir haben unsere Qualität, auch wir haben unsere Mittel und von daher freuen wir uns auf ein richtig heißes Spiel am Sonntag. Das war's! Das war's! Das war's!